Hier dran gebaut, an das Netz. Gut, das hat aber zu wenig. Das müsste ich eigentlich an eine stabile Stromversorgung dran setzen. Also, hier dran eigentlich. Aber die haben nur 32 Output. Oh mein Gott. Ich brauche auf jeden Fall mehr Energie. Viel mehr Energie. So, was kann denn alles zurück? Das kann ich gerade nicht gebrauchen. Das kann ich nicht gebrauchen. Das, das, das. Scrap kann ich nicht gebrauchen. Das, das, das. Das auch nicht. Und die Sachen auch nicht. So, hoffe ich zumindest mal. Das auch nicht. So, was sagt denn... Da, das ist fertig. Super. Äh, wir brauchen für vier, acht Diamanten. Daraus machen wir... Ah. Hier. Natürlich. nutzt das überhaupt nichts. So, 18 Stück. Hm, daraus machen wir neun. Das bedeutet, wir brauchen neun Silver Dust. So, und das kommt... Ach nein, das brauchen wir ja gar nicht im Kompressor. Oh, das brauchen wir ja gar nicht im Kompressor. Aber den können wir schon mal gebrauchen. Und gucken, ob es als erstes funktioniert. Jetzt kommt es. Wir haben zu wenig... Ja, wir haben zu wenig Glas. Ach, man bekommt nur eins daraus. Ja, natürlich. Man bekommt ja auch immer nur eins aus solchen Teilen. Waiting, no storage. Ja, okay. Das können wir auch noch nicht machen. Hallo? Ich dachte mal, kommt da acht raus. Oh. So, zack. Ja, erstmal noch ein bisschen Glas brennen, würde ich sagen. Manometer, ist das schwierig. Alles, wie viel Uhr haben wir denn? Oder wie viel Zeit haben wir noch? 20 Minuten. Gut. Hier noch. Stein. Quarz. Quarz. Äh, da. Noch irgendwas. Quicksand. Hier haben wir auch nichts. Gut, dann nehmen wir uns mal kurz diese Schaufel da. Und tragen hier etwas von den... ...oburchgebliebenen Creeper-Explosionen ab, damit es etwas schöner aussieht. Hoffe ich mal, dass es dann schöner aussieht. Oh, allein schon hier. so ja jetzt sieht es etwas besser aus als vorher aber nicht so ab nach oben Elektrik Fumes sonst 64 Stück kann nicht schaden so Silberdust natürlich ja wir haben doch hier oben meine beiden Upgrades drin beeil dich mal ein bisschen wir brauchen äh ein paar auf jeden Fall das Heat Level ist komplett runter natürlich boah das ist ja heftig heftig hier mit diesen Sachen was man hier für alles braucht und nötig hat und ich müsste auch mal gucken wie das mit den ah kommt noch eins noch eins noch eins noch eins da haben wir 90 19 schon so äh brauchen noch ich glaube zwei ja so zack ja da haben wir alles und das wird jetzt hier ein bisschen ausgebessert und zwar werde ich hier jetzt ein paar Sachen umändern denn ich brauche ja Energie zack ich hoffe das klappt so wie ich es mir vorstelle ich bin mir jetzt aber nicht sicher und das muss ich auf jeden Fall auch noch umändern oh mein Gott kann es nicht mal gerade tauchen so ups eins eins zwei drei vier und wo fehlt noch was äh hier dran so passt genau bin sehr zufrieden hab ich natürlich keine schöne Abschlussarbeit hierfür weil es muss ja nicht schön sein für den Anfang so was macht das Ding das ist voll aufgeladen jetzt hab ich natürlich meinen Claydusten weggeworfen wo bist du hallo da oben müssen wir auf jeden Fall aufpassen dass das nicht einfach so abgeht und uns alles wegzieht ich weiß auch nicht stark wie stark der naja mal gucken das läuft auf jeden Fall fürs Erste ähm so was wollte ich jetzt machen da muss ich nachgucken wie das geht das läuft noch okay es läuft aber eindeutig zu schnell also ist es gleich wieder weg es hat wirklich einen immensen Stromverbrauch gut und jetzt ist es schon am Arsch schade naja äh Crystal Memory wie löse ich das Problem das einfachste wäre jetzt mehr Energie gut mehr Energie was haben wir denn an ähm Meal Sog Meal Saw Meal Water Meal Wind Meal Number Meal okay okay das das ist nicht so schön was ist mit äh Solar ist glaube ich schöner das bringt 8 das bringt ich glaube warte mal Slow Voltage bringt 8 das bringt äh 32 glaube ich und das wird dann mehr bringen so Hold Shift Info ach das ist was anderes Solar Engine Solar Panel ja dann würde ich sagen bauen wir Solar Panels und in der nächsten Folge gehe ich dann runter und hole ein bisschen mehr von dem Zeug hier ach ja äh wir bauen die gar nicht das machen wir in der nächsten Folge denn ich habe noch vor ich glaube wir wir haben noch 13 Minuten ja das ist dann perfekt eigentlich ich habe auch nichts wertvolles jetzt dabei wir gehen jetzt ganz nach unten ups wir nehmen uns aber vorher die Eimer hier mit Lava Eimer sehr sinnvoll was ich jetzt mache hoffe ich zumindest denn lauf ich habe jetzt vor die Turtle im Neser aufzustellen und die jetzt dann eine Stunde laufen zu lassen oder so damit ich sehr viel von dem Zeug bekomme denn ich habe ja gesehen